moin moin hallo und herzlich willkommen zurück hier beim airline tycoon zwei wir sind hier mitten im briefing zwei tage haben wir schon hinter uns gebracht wir stehen gar nicht so gut da eigentlich wir kommen weiter betrachten wir die statistiken wie es aussieht führt natalie childman zustand ist auf 84 gestiegen ist ganz gut und der firmen image ist bei 50 da 49 47 und da auch 50 aber 92 und 94 betrachten wir nun die airlines imperial airways die image ist weder gut noch schlecht viele kennen ihre airline überhaupt nicht ihre maschinen sind in einem akzeptablen zustand achten sie darauf dass der zustand nicht noch weiter absinkt ihre mitarbeiter sind hochmotiviert freundlich und kompetent weiter so mo gamma er den besten schenken dort erst mal ab im büro wenn wir hier eigentlich irgendwie was machen außer hier mal reingeguckt wer eines anteils der letzte am anteil der hundert vier hundert vortages gewinnen und die hier eine werte fluggesellschaft liegen noch ein bisschen höher hat da okay wir gehen mal eben auf m kommen können wir das jetzt hier wiederholen ja wunderbar planen sie heute schon ihren urlaub von morgen hier können sie die charterflüge sehen die in der nächsten zeit durchgeführt werden müssen jetzt haben wir hier london 16.20 am französischen bei mecklen was keine vertragsstrafe ist wenn man und das jetzt mit mir ganz einfachen mit der befestigt sind das ich meine am französischen bei dr quell dem bild dem bild kaffee kaffee der griff der griff den klopper der griff der griff So, Kopenhagen, Kopenhagen, Paris, jetzt kommt Paris, London, Santa, Madrid, Land, Korpstadt, Paris, eine ist zu weit. Das auch, hier gibt es 16.000, fliegen wir Paris, London und dann Paris, Dublin und London, Paris, zurück. Okay, das braucht man, 16.000, 91, Dubai, 5.000, ja, Dubai, Paris. Und wir haben nichts, was da hingeht, oder? Entschuldigung. Aber 91.000, ich glaube, da lohnt sich sogar mehr Fliegen. Was haben wir noch für einen Auftakt mitgenommen? Ach, Mecca. Ich bin doch schon fast offen. Das ist ein bisschen himmig. So, ich mache es direkt. Was wollte ich noch mit Dublin, London, Paris und London, Paris, was heute noch gemacht werden? Okay, dann nehmen wir die beiden mit. Das ist Dublin und London, Paris. Gott, ab und zurück. Ach ne, hier. Ach ne, hier. Diesel, dort. So, wir kommen, wie? Du musst nämlich heute noch passieren. Also, weg. Okay, weg dahin. Zack. Das ist ein kleiner Leerflug dazwischen. Macht nicht. Und du bist Samstag und du bist Donaustag. Und du bist Donaustag. Donaustag ist morgen. Das heißt, ihr könnt, ähm, bis da hinten und da mit Ruh. Na, da hinten. Ja. Wo sind wir dann, äh, wieder zurück? Ähm, Paris. Ihhh. Das heißt, wir kommen. Planen Sie heute schon Ihren... Hier können Sie die Charterflüge sehen, die in der nächsten Zeit durchgeführt werden müssen. Ja. Putnamen, Kamen, nach Zouro, und schott ein paar 하루. Land, schott istよ, 괜찮 podne schott ist nicht, Atlanta, fifty office. Heißt, ich hat mit St. Peterfurt, Paris. Und das heißt, wo die Tyrannoku manifest, aus der Youtuber-Panan-Provinz. 16,5, 22, Manchen, fehlt nochpi. Wo ist los da drin, können wir nach Risky accompanied with Mautlaustag. und den mitmachen. Stichzehn. Doch, Stichzehn. Nur Rahmen. Den nehmen wir erst mal mit. Den können wir machen. In Haaren 51, den können wir auch machen. In Petersburg nehmen wir auch noch Stichzehn. Nehmen wir auch. Ne? Naja, Mist. So. Wir nehmen erstmal die Flüge alle mit. Gehen nochmal in die Matrix. M, die Matrix. Oder so. Flugmatrix. Wir haben hier zwar so und so und das hier. Wir haben hier noch drei Stück. Aber, äh, der ist bis hier hin. Der auch. Der ist sogar bis dahin noch voll. Kann ich da überall unterbringen. Okay. Hier nicht nur rumstehen bringt natürlich auch nicht viel. Ah, er hier ist schon voll. Ich glaube, wir können jetzt hier ein bisschen runterschrauben mit. Mein weg. Auf zwei Stunden. Oder eine Stunde. Um eine Stunde. Um eine Stunde. Dafür kriegst du um mehr Flüge. Eine Stunde. Ich habe immer so einen Dreierblock eigentlich. Wenn ich jetzt hier von in London rein mache, dann ist doch hier sicherlich so ein, äh, der Flug. Hm. Ne, ich mach lieber drei Stunden Wartung. Ich glaube, das sieht besser aus. Ich mach da lang kurz, lang kurz, lang kurz, lang kurz, lang kurz. Das ist auch nicht richtig. Das heißt, die darf ich schon wieder nicht mehr nachziehen hier. Ja. Ja. Ich wollte, ich hätte einen Tag warten würden. Naja, egal. Ne, London, du bist doch erst da. Guck mal mit Paris an. Guck mal mal. Ja, die Melodie ist super. Ähm. Ob ich sie anders weiss, selber noch nicht. Ich bin jetzt echt am überlegen, ob ich nicht sag, ähm, mit dem anderen Flieger. Aber, ähm, könnte ich hier auch mal eine Runde, ähm, mit Dingsfliegen. Hier. Oder ich sag mir lieber, ne, mach erst mal hier. Eins. Zwei. Zwei. Alle andere Dinge haben wir sowieso noch nicht. So, wir haben hier noch Coven Marketing. Und noch. Takeoff Baum-Bistro. Da wollte ich mal reinkommen. Du kannst deine Maschinen in unterschiedlichen Designs lackieren lassen, um dich von der Konkurrenz abzuheben. Wie viel das bringt, weiß ich nicht, aber es sieht wirklich cool aus. Für welche deiner Maschine möchtest du die Catering ändern? Oh, der Kilo hoch, ey, 29 Prozent, hm, der Kilo hoch ist ja richtig groß, nein, doch nicht. Ähm, okay. Okay, dann kommen wir hier. Da kann ich noch gar nichts kaufen. Ich ziehe an. Die kann ich auch nicht. Ich kann das schon. Hallo, ich hoffe Ihnen gefällt, was Sie sehen. Hier bekommen Sie, bitte schauen Sie sich um. Bitte schauen Sie sich um. Es war anders, ey. Hallo? Habe ich dir eigentlich schon gesagt, wie wundervoll deine Frisur aussieht? Möchtest du die Farbgebung deiner Innenausstattung verändern oder schnucklige neue Innenausstattung kaufen? Das sieht doch ganz gut aus, unser Flieger hier. Ich werde kurz jetzt wieder rausrennen. Äh, ne, habe ich kein Geld für. Okay. Okay. Und du. Hm, Routentranik da, Security, Business-Bereich, das ist der da, Reisebüro, achso das T, da waren wir immer. Terminal-Office, Personal-Büro, Flugplanung, Lounge, Gold, Hosen, was, Geld und Goldverleih, Roller-Design, Hangar, Schrott-Einstieg, Lumen-Lad-Lab, Take-off-Bar. Hm. Also nicht wirklich weiter, irgendwie was für uns, ja, weil wir. Weiterhilft. Ähm, ne, wir hätten erst mal zu T. Vielleicht gibt's ja jetzt schon wieder neue Fliegers, Flieger, Flieger, Fliegers. Planen Sie heute schon Ihren Urlaub. Hier können Sie die Charterflüge sehen, die in der nächsten Zeit durchgeführt werden müssen. Ich fühle dich. Ich fühle mich. Ich fühle mich jetzt. Ähm, grünlich, grünlich und grünlich. Und du gehst, du bist im Dienstag, ja. Da, die mal reinkommen, das ist feiner. Und meine, ja, ist okay. Ich fühle mich alles. Mit der Zürich, wenn wir auch mal. Ich gebe mal hier. Mhhhhh. Mhhhhh wie macht nichts. Was haben wir denn da? Ich nehme hier Zürich, Paris. Du musst... Oh. Ist Donnerstag? Mhhhhh. Okay. Dann komme ich jetzt von Paris nach Zürich. Waren alle nur weg. Mhh. Mhh. Muss ich einen Leerflug hinnehmen. Vielleicht mach dich davor so. Dann dich hinterher. Oh ne. Was ist wenn ich dich erstmal weg mache? Okay. Dann mach ich dich so. Gut. Du bist Montag. Du bist Dienstag. Du bist Freitag. Berlin, Paris. St. Petersburg ist Dienstag. Freitag. Ich will mal gucken wieviel das hier ist. Was hier bringt. Das ist die Fliege erstmal ein bisschen. Ah. Ah. Das sieht man sogar ein bisschen besser. Ist ja lustig. Ja. Ähm. Ja. Paris, Madrid. Paris. Stockholm Paris. Paris. Stockholm Paris. Ja. Es gibt ja keine anderen Aufträge. Muss ein bisschen was sein. Planen Sie heute schon Ihre... Hier können Sie die Charterflüge sehen, die in der nächsten Zeit durchgeführt werden müssen. Nein, nein. Alles falsch. Klar, es gibt keine Last-Minute-Reise-Bürgen mehr, wahr? Im ersten Teil. Danke. Wie ist das hier? Guten Tag. Mein Name ist Markella. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie haben noch keinen Kredit bei uns beantragt. Guten Tag. Mein Name ist Markella. Wie kann ich Ihnen helfen? Das ist kein Problem. Wir leihen Ihnen gerne Geld. Wie viel wollen Sie denn haben? Wollen Sie es so machen? Haben Sie sich verlaufen? Sagen Sie mir nur, welche Maschine Ihnen gefällt. Natürlich sind einige der Prachtstücke schon etwas betagt, aber mit ein bisschen Panzertape, Kaugummi und einer neuen Lackierung werden die Passagiere keinen Unterschied merken. 30 Mille haben wir zur Aufwahl. Und 200.000. Mann, das kann auch nicht ein. Das ist der Kost mehr. Wollen Sie es denn neu machen, den Vogel hier für 25.000, oder? Doch, 47.000. Ah, nee, das passt. Er kann mich schon wieder hier. Da. Oh, Entschuldigung. Ich habe gerade über... Wenn Sie möchten, können Sie jetzt die Konfiguration eines Flugzeugs ändern. Wählen Sie dazu ein Bauteil direkt am Flugzeug aus. Sobald Sie fertig sind, regeln wir das Geschäftliche. Jetzt sind wir schon bei 30 Mille. Achtung, Passagier Reinsch. Bitte melden Sie sich zu Hause. Passagier Hans Reinsch. Hast du gehört, Hans? Guten Morgen. Kommen wir gleich zum Geschäft. So, hier erstmal vor allem Telefonieren, mitten im Briefing. Das geht ja mal gar nicht. So. Damit beende ich auch wieder die nächste Folge. Und zwar heute dann Montag, die Folge 3. Die nächsten Folgen werde ich euch dann am Mittwoch wieder aufnehmen. und euch dann am Samstag, Sonntag und Montag bringen. Ich hoffe, wir sehen uns bei den anderen Folgen auch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns wieder hier bei Airline Tycoon 2. Ich bin der LazyLP und ich bin raus. Bis denn dann. Bye, bye.